Heute starte ich mit meinem Cube Aerium C68 SLT. Ich bin wirklich super zufrieden, was die Integration mit dem Trinksystem angeht, als auch mit den Bremsen, zum Beispiel bei so einem schlechten Wetter wie heute. Es ist ein wahnsinnig schnelles Zeitfahrrad. Es macht mega viel Spaß, mit dem zu fahren. Ich bin auf dem Cube Aerium C68 unterwegs. Das ist die SLT-Variante. Das ist natürlich immer ganz angenehm, wenn man aufs Rad steigt und weiß, dass das Beste unterm Hintern hat, was gerade auf dem Markt ist. Ja, klar. ance 14. Für wenigen! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.